Den Galibier, den Tourmalet, den Mong Ventoux, die Serpentine von Alpdias. Ich habe sie alle bezwungen, mehrmals. Es war nicht immer leicht, doch der härteste Weg war ein anderer. Mein Weg zurück, zurück auf die Beine, zurück in den Sattel, zurück ins Leben. Einmal, für immer. Mit euch, dank euch, für euch.